Rote Rosen Vorschau Folge 3525 Als der überdrehte David seinen Bauernhub auf dem Fußboden des Restaurants macht, bekommt Gunther den Verdacht, dass David Drogen nimmt. Franzi hält das für absurd. Doch als Gunther auf der Wahlparty sieht, wie Franzi David Pillen überreicht, ist Gunther sich sicher. Punkt. Er wirft Franzi zu Davids Entsetzen vor, ihn mit Drogen zu versorgen. Als Simon Sarah hilft, die Lüne Naturscharts rechtzeitig zur Wahlparty bedrucken zu lassen, ist die alte Nähe wieder da. Doch Simon fürchtet, dass sie auf die gleiche Kinderdiskussion zulaufen. Dabei will er doch, dass Sarah glücklich ist und fasst einen folgenschweren Entschluss. Punkt Merle fiebert mit Dörte, Gunther und ihren Parteimitgliedern dem Wahlergebnis entgegen. Dabei wird ihr klar, dass ihr Konkurrent, Omid Sadeh, als versierter Politiker eigentlich die bessere Alternative für die Stadt ist. Und so nimmt sie es gelassen, als er gewinnt. Sie freut sich aber, dass Lüne Natur in den Stadtrat einzieht. Ben und Tina würden sich beide so gern versöhnen. Aber solange Ben nicht erklären kann, wie es zum Sex mit Anke kam, kann Tina ihm nicht vertrauen. Punkt Merle bemerkt, dass Florians Geschenk, eine VR-Brille als Urlaubsersatz, Katrin befremdet. Punkt Merle bemerkt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020